Niki gegen Matthias. BMW gegen Mercedes. Im großen Luxuslimo-Vergleich. Benziner gegen Elektro. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Niki. Einen wunderschönen guten Morgen, du natürlich auch. Liebe Freundin ist gepflegt Motorsports, heute wird es mal wieder sehr, sehr spannend ist, was euch ultra krass interessiert. Benziner gegen Elektroauto. Niki, was haben wir am Start? Genau, wir haben zwei Luxuslimos, einen M850. Der ist ein bisschen sportlicher angehaucht, nicht nur weil er Benziner ist, sondern auch vom ganzen Fahrerweise. Von der Fahrerweise ist mein EQS 580, ist natürlich vor allen Dingen auf das Thema Luxus ausgelegt, ist die S-Klasse in Elektro sozusagen. Unsere erste Challenge fängt hier an, an der Zapfsäule, bzw. der Niki hat vorher vollgetankt. Das ist gehört. Denn es geht in der ersten Nummer um das Thema Reichweite, ultra wichtig. Was haben wir denn so auf dem Zettel, Niki? Vollgetankt ist er. Vollgetankt ist er, also 68 Liter sind drin. Jetzt schreng auf die Uhr, 575 Kilometer Reichweite. Der EQS hat jetzt eine Reichweite von 612 Kilometern errechnet und damit liege ich vor Niki. Ich würde sagen Abfahrt. Die erste Challenge lösen wir auf, natürlich ganz am Ende des Beitrags. Was wir jetzt machen, ist, dass wir einmal die Kilometerstände komplett resetten, damit wir am Ende des Drehs genau wissen, wer hat wie viel Kilometer gefahren. Für mich persönlich ist die Reichweite beim Benziner einfach ein großer Vorteil gegenüber einem Elektrofahrzeug. Die Challenge-Reichweite ist, glaube ich, für den EQS eine sehr, sehr gute, weil er ist gefühlt das erste Auto, was wirklich richtig weit fährt. 671 Kilometer Reichweite bei optimalen Bedingungen, sprich 20 Grad sowas und nicht ein zu schwerer Gasfuß. Ich glaube schon, dass man nach diesem Beitrag hier so ein bisschen mehr weiß, ob ein Elektroauto was für einen ist oder doch lieber Benzin oder Diesel. BMW 850i X-Drive Grand Coupé. 530 PS, 11 Liter auf 100 Kilometer Verbrauch, 3,9 Sekunden von 0 auf 100. Der Preis liegt in der Basis bei 125.100 Euro. Ich darf heute den Mercedes EQS 580 4MATIC pilotieren, wir haben 523 PS am Start, der Verbrauch liegt zwischen 21,4 und 18,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Von 0 auf 100 geht der EQS in 4,3 Sekunden und wir haben einen Grundpreis von 135.529 Euro und 10 Cent. Jetzt steht erstmal das Drag Race an, es geht auf 1000 Meter. Das sind natürlich alles Kilometer, die dann auf den Verbrauch drauf kommen und beim Drag Race ist es natürlich besonders krass. Der M850i ist halt mehr der sportlichere und das wird er jetzt in der Challenge vom Drag Race zeigen, dass das der sportlichere Auto ist. Das muss einfach so sein. 4,3 Sekunden von 0 auf 100, Niki soll in 3,9 auf 100 gehen, Spitze ist der hier bei 2,10 abgeregelt. Und Niki's M850 geht 250 Spitze. Ich bin sehr gespannt, was das jetzt gibt. Drag Race, diesmal sind 1000 Meter angesagt und wir messen parallel mit 0 auf 100. Beim Drag Race wird es natürlich so sein, dass das Elektrofahrzeug mit Matthias am Steuer am Anfang wirklich einen gewaltigen Rupp nach vorne macht. Warum? Ja, weil der Elektromotor natürlich direkt gleich die Kraft anliegen hat. Du gehst von der Bremse runter und dann geht's schon nach vorne. Noch dazu kommt natürlich zum Tragen, dass mein Ofen hier etwa 500 Kilo schwerer ist als deiner. Genau, das sehe nämlich ich als Vorteil. Das ist schon brutal, allerdings wird das oberhalb von 100 kmh dann irgendwann keine Rolle mehr spielen. V8-Benziner samt Turbo gegen reines Elektroauto. Beide mit Allrad. Wer hängt wen ab? Matthias, das Drag Race steht an. Wie ist die Laune bei dir? Absolut hervorragend, weil meine beiden Elektromotoren werden dich sowas von weg. Herr Mann, genug gelabert. Wollen wir loslegen? Ja, ja. Boah, guter Start. Hervorragender Start. Oh yes. Elektro ist brutal vorn. Wir sollen das nochmal aufholen. 3,9 von 0 auf 100. Vicky ist weit weg. Come on, baby. Komm, jetzt musst du die Aerodynamik ausspielen. Meine Launch Control ist 4,9 und ich komm nicht näher. Ich komm nicht näher, doch ich komme näher. Nein, der kommt. Ich flipp aus. Wir haben 210 drauf. Maximale Geschwindigkeit erreicht. Und jetzt kommt er. Ich flipp aus. Oh mein Gott, es reicht. Alter Verwalter. Das gibt es nicht. Das ist unfassbar. Ich war vorne, bis bei mir tatsächlich die V-Max erreicht worden ist. Meine Launch Control ist angegeben mit 3,9 und ich habe 4,9. Eine Sekunde langsamer. Ich kann es wirklich nicht glauben. Ich habe die Challenge zwar gewonnen, aber bin nicht so happy, wie es eigentlich sein sollte. Bei 206 kmh hat er langsam so gesagt, okay, jetzt sind wir gleich bei der V-Max. Dann hat er Gas rausgenommen und dann kam der Niki. Das ist ja unglaublich, aber bis dahin war ich vorne. Und zwar klar, das ist ein krasser Rennausgang, Leute. Und das ist auch ein Stück weit das Thema Elektro gegen Benziner. Die Elektroautos, die müssen nicht 200 fahren. Also müssen sie schon, aber du fährst damit niemals länger als eine Minute 200, weil du weißt, es frisst deinen Akku. Alter Schwede, ist das krass. Ja, ich habe es gesehen, dass es sehr krass sogar ist. Du bist nur deswegen vorbeigekommen, weil deiner 250 fährt. Alles, was unter 200 ist, ist der EQS schneller. Ja, es war ab 150 erstmals erkennbar, dass der Abstand nicht noch größer wird oder so, sondern jetzt komme ich. Jetzt nochmal ganz kurz zurückgeschaltet auf unsere Reichweitengeschichte. Wir müssen natürlich alle Challenges öfter fahren. Also es gibt einen Wertungslauf sozusagen. Wenn wir jetzt das Drag Race mal als Beispiel nehmen, gibt es den ersten Lauf, das ist der Wertungslauf. Und danach kommen Fahrten für die Kamera. Genau. Es ist jetzt nicht so, dass wir fünf Kamerateams am Start haben, wo im Ziel eins wartet, am Start nochmal, von hinten ist noch irgendwas. Das geht einfach nicht und deswegen müssen wir das immer wieder nachstellen. Und dann kommen natürlich auch einiges an Kilometer zusammen. Was schätzt du, Drag Race, wie viele machen wir? Vier, fünf, so was, sechs vielleicht? Vier, fünf. Und warum drehen wir Bilder nach? Damit so ein Drag Race für euch, liebe Grip Community, auch optisch richtig krass rüberkommt. Also ich habe so ein bisschen zwischendurch auf meinen Reichweitenrechner geguckt. Jedes Drag Race, obwohl es ein Kilometer lang ist, hat mich jedes Drag Race 15 bis 20 bis 25 Kilometer an Reichweite gekostet. Da kann es vielleicht schon sein, dass einer mal vorher einbricht und vielleicht den Dreh gar nicht schafft und zwischendrin nachtanken muss. Kann ja sein. So, Niki, damit steht es 1 zu 0. Jawohl, es steht 1 zu 0 für mich. Ich habe es doch gleich gewusst. Ach ja, scheiße für dich. Den sportlichen Aspekt der beiden Luxuslimos haben wir jetzt gecheckt, aber jetzt geht es um Komfort. Das werden die Karten neu gemischt. Ah, der Komfortcheck, da freue ich mich schon richtig drauf. Das wird nämlich das Kapitel von diesem Fahrzeug da. Weil das Ding ist einfach mega komfortabel, ultra luxuriös, ultra leise. Was sofort auffällt, dieses Display ist meines Wissens glaube ich das größte Display, was es in einem Auto gibt. Ja, es sind drei Displays, die sind geteilt, aber hinter einer Scheibe. Und das sieht einfach unfassbar gut aus. Der Beifahrer kann mitspielen, der kann das Navi-Ding eins auf seinem Teil, der kann das Radio steuern, was auch immer. Das ist wie so ein fliegender Teppich. Der steht ja nicht so viel nach. Also jetzt einmal ganz ohne Schmarrn. Das wirst du gleich sehen, wie viel das wirklich ist. Dem Cockpit des BMW sieht man an, dass es deutlich klassischer gestaltet ist. Bei reinen E-Autos wie dem EQS zeigen die Hersteller mehr Mut zu spacigem Design. Jetzt geht es um Fahrkomfort. Und dafür haben wir ein bisschen was vorbereitet, Niki. Genau. Der Marius, der kommt jetzt mal ganz schnell hier rüber, denn er hat ein tatsächlich richtig krasses Messgerät am Start. Okay. Moin Marius, hi. Schön, dass du da bist. Servus. Schön, bei euch zu sein. Erklär mal bitte, was hast du da in der Hand, was machst du damit, was können wir damit messen? Ich habe heute unseren Datenlogger mitgebracht und zusätzlich haben wir einen externen Beschleunigungssensor mitgebracht. Den werden wir nachher auf dem Dach anbringen, um die Vibrationen und Stöße des Fahrzeugaufbaus möglichst präzise zu erfassen. Also das hier ist das, was die eigentlichen Stöße misst. Genau. Und nachher können wir am Rechner dann die Graphen von den beiden Fahrzeugen übereinanderlegen und sehen, welches Fahrzeug hatte mehr Beschleunigung im Aufbau und welches weniger. Das heißt, weniger Beschleunigung komfortabler. Okay. Das ist krass. Ich werde jetzt nochmal anders anschaulichen. Du misst es so und der Niki zeigt jetzt mal, wie wir das Ganze messen. Genau. Wir haben hier 100 Flummis und der Mitfahrer nimmt es mit nach hinten und muss das ausbalancieren. Wir fahren aber normal. Normal? Ja, so normal. Wir können nicht normal fahren, Niki. Wir sind hier auf dem Track. Ripodrom ist angesagt. Lass uns so machen. Wir fahren flottes Landstraßentempo. Genau. Dann schnelle das Ding fest. BMW fängt an. Aber ich balancier das für mich aus, weil du würdest einfach alles runterfallen lassen. Und du fährst mir normal. Ja, los. Schneiden wir dein Ding da fest, Marius. Jo. Und dann fahren wir. Fahrkomfort ist ja normalerweise was sehr subjektives. Du setzt dich rein und denkst dir so, ach ja, das ist ja gemütlich und irgendwie fühlt sich das alles weich an. Wir haben heute jemanden am Start, nämlich den Marius, der das Ganze wissenschaftlich aufarbeiten wird. Der misst normalerweise in Rennautos bei der DTM, was da für Querbeschleunigung auftreten und so weiter und so fort. Also ein krasser Messingenieur und der wird heute bei unseren Autos nachmessen, wie komfortabel die sind. So, gut, Nicky. Bist du bereit? Ach ja, ich muss ja meine Testprobanden noch. Ja. Oh Gott, das ist ja jetzt schon gefährlich. Ich verliere ja hier schon die Hälfte allein beim Stehen. Ja. Das ist klar. Also ich bin im Komfortmodus. Ja, also es wäre nicht schlecht. Oha! Okay, drei habe ich so eben verlassen. Das ist doch nicht komfortabel hier. Das ist komfortabel. Oh, schau mir an, was bin ich ein toller Hecht. Na, Jungs. Kalt. Oh, ich spüre Bälle auf meinem Sitz. Wie kommen die Bälle da hin? Hm. Hm. So, jetzt muss ich bremsen. Ich habe Flubbis Unterbrengpedal. Das ist jetzt nicht die normale Landstraßengeschwindigkeit beim Einlenken, das ist keine Landstraßengeschwindigkeit. Nicky, hast du noch einen? Okay, ich habe keinen Ball mehr. Weil wenn man so in die Kurven reinreißt, so fährt keine Sau auf der Landstraße. Nein, gar nicht. Aber ich sage mal so, im Komfortmodus ist eher komfortabel. Also das merkt man schon. Also, jetzt bauen wir einmal um und machen dann sofort die Runde mit dem Band. Du sammelst jetzt aber erstmal die 100 Bälle wieder auf. Ja. Hier, Nicky, sind noch zwei. Hier habe ich noch drei. Da ist noch einer. Da ist noch einer. So. Jetzt sind wir soweit, Nicky. Hast du wieder alles aufgesammelt? Ich habe alles aufgesammelt. Aber jetzt schauen wir doch mal, was sagst du? Du konntest schon was auslesen während der Fahrt, oder was? Während der Fahrt natürlich nicht. Aber ich habe jetzt, nachdem ihr fertig wart mit Fahren und die Flubbis aufgesammelt habt, habe ich die Zeit genutzt und habe die Daten schon über das WLAN heruntergeladen. Direkt auf den Computer, sodass wir sie uns anschauen können. Wie hoch ist der Wert? Der Wert von dem Integral wäre jetzt 8,95. Ist das einfach hochgerechnet? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Sehr vereinfacht ist das im Prinzip die Summe der vertikalen Beschleunigung, die während eurer Fahrt gemessen wurden und da wir gleich die gleiche Strecke mit der gleichen Dauer nochmal fahren mit dem anderen Auto, kann man die also vergleichen, um vielleicht auch einen geringeren Unterschied zwischen beiden Fahrzeugen festzustellen. Diese vertikalen Beschleunigungen, die wir jetzt da in dem Integralwert aufsummieren, die machen sich eben beim Fahrer dann als Stöße bemerkbar und sind unangenehm. Darum muss der Wert natürlich möglichst niedrig sein. Okay, also jedes Mal, wenn es bei mir so macht, ist bei dir ein so ein Wert. Dann wird weitergezählt, hochgezählt, genau. Alles klar. Ja gut, dann umbauen und dann fährst du den Benz. Ja da, du nimmst deinem. Super. Ich übergebe alle, ordnungsgerecht gezählt. Es ist so ultra komfortabel, das ist wie eine Sänfte, das ist faszinierend, wie S-klassig dieser EQS hier eben fährt. Ja, ich bin auch mal gespannt. Also mein Lieber, da muss ich jetzt mal ganz kurz hier die Bälle drauflegen. Die fallen ja jetzt schon alle runter. Ich sag's doch. Also wenn ihr einmal eine Bremsung macht, wo ich nicht drauf vorbereitet bin, dann sind die Dinger weg. Aber dafür haben wir eben den Marius, um das wissenschaftlich aufzuarbeiten. damit sie eben nicht nur Gaudi essen, sondern dass sie auch ein messbares Ergebnis haben. Es fühlt sich wesentlich steriler an als in meinem BMW, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Boah, du Sack! Hör auf! So bist du genauso gefahren. Gar nicht! Doch, so bist du auf jeden Fall auch gefahren und du bist dann eben halt runter, hast dann auch gebremst und dann natürlich so ums Eck. Das ist normales Landstraßentempo. Antritt hat er. Bremse hat er. Ui! Untersteuern hat er. Ah! Oh no! Oh no, Baby! Das Tablet ist leer. Ich bin jetzt sehr gespannt, was das macht. Ich sag jetzt mal so gefühlt, das Geräusch ist schon ein großer Unterschied. Ein brutaler Unterschied. Diese Ruhe hier drin. Ja. Aber jetzt mal auf den Bodenwellen, bin ich mal gespannt, ob es da Unterschiede gibt wirklich. Ich glaube eben, dass dieses Bodenwellen, weiß ich nicht, ob es so schlimm ist, wie wenn jetzt in der Kurve hier drin ist, weil dann gibt es ja nochmal so einen Kick. Ja. Jo, da ist der Beweis. Das Grip'sche Testgerät hat's gleich angezeigt. Ja, aber ich, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe sie ein bisschen länger behalten können. Weil ich halt am Anfang langsamer gefahren bin. Aber gut, dass wir dich haben, Marius. Ja. Du hast richtige Ergebnisse. Richtig, ich habe die Daten schon wieder runtergeladen. Ihr seht erst mal viele Kurven, aber ihr seht hier oben eure Geschwindigkeit, dass wir beide ungefähr gleich schnell gefahren seid. Ja. Erst mal ein Lob also an euch. Gut gefahren. Richtig. Und wenn wir wieder auf unsere Werte schauen, die wir vorhin angeschaut haben, sehen wir jetzt, dass wir sowohl im Durchschnittswert einen niedrigeren Wert der Aufbaubeschleunigung hatten bei dem Mercedes, als auch in dem Integralwert, der die Summe der Aufbaubeschleunigung war. Und damit ist bewiesen, welches Fahrzeug von diesen beiden Marius ist der komfortablere. In unserer Messung hat sich der Mercedes als der mit der geringeren vertikalen Aufbaubeschleunigung und somit als das komfortablere Fahrzeug beschleunigt. Und damit geht der Punkt an den EQS mit dem Mercedes. Genau. Ich sage trotzdem Dankeschön. Interessante Sachen, aber mir hat es halt mal wieder nichts geholfen. Der EQS holt auf. 1 zu 1. Mist. 1 zu 1. Matthias, im nächsten Kapitel geht es jetzt um Kosten. Und die Kosten haben vier Unterkapitel. Du verstehst? Es geht als erstes um den Anschaffungspreis der Fahrzeuge. Als zweites fahren wir zum jeweiligen Händler, dem Mercedes. Wir müssen erst checken, wie schaut es aus in Sachen Service, Kundendienst. Was läuft hier ab? Als drittes fahren wir zum Versicherungshändler unseres Vertrauens. Wir fragen dann mal nach, wie schaut es aus in Sachen Versicherung. Und dann eben auch Kfz-Steuer. Und last but not least, wie viel Kosten haben wir, wenn wir das Fahrzeug hier jetzt auf unserem Test bewegen? Verstehst du? Ich verstehe. Wir kommen zum Anschaffungspreis. Oh, ja. Bist du noch da? Ich muss jetzt auflegen, ich habe leider keine Zeit mehr. Nein, Matthias, ich fahre jetzt vor dich, weil ich glaube, da habe ich nämlich die Nase vorn. Der Anschaffungspreis des M850iX-Treifen als Grand Coupé kostet, halte ich fest, nur 125.100 Euro. Bist du noch da? Ja. Du könntest mir sagen, wie ist denn der Anschaffungspreis deines Mercedes? Also der Anschaffungspreis ist einen Tacken höher. Er liegt bei 135.529 Euro und damit einen knappen Zehner über deinem Auto. EQS-Käufer dürfen sich leider nicht über den Umweltbonus von bis zu 9.000 Euro für E-Autos freuen. Den gibt es nur für Fahrzeuge bis 65.000 Euro. Also vier Unterpunkte gibt es, der erste geht an dich, die nächsten drei gehen an mich, Niki. Genau. Das glaubst du selber nicht. Aber ich würde sagen, wir fahren zum Händler, oder? Alles klar. Beim Thema Kosten ist natürlich der Service ein ganz, ganz großer Punkt. Deswegen fahren der Niki und ich jetzt einmal ganz kurz zum BMW-Händler und zum Mercedes-Händler, um einmal auszurechnen, was kostet ein großer Service bei diesen beiden doch sehr luxuriösen Fahrzeugen. Könnte das ein bisschen dafür sorgen, dass man tief in die Tasche greifen muss? Wir sind jetzt auf dem Weg zum BMW-Händler. Zuerst schauen wir mal da vorbei. Was kostet der Service für dieses Fahrzeug? Wir haben einen Benzinmotor, der braucht natürlich neues Schmiermittel, also neues Öl. Da wird einiges zusammenkommen, was wir beim Elektro zum Beispiel nicht haben. Ich bin aber trotzdem mal gespannt auf die ganzen Kosten. Ich sehe den Elektro sehr, sehr weit vorne, weil ich muss nichts, keine Öle austauschen, kein Ölfilter, was weiß ich was nicht alles. Das habe ich alles nicht, also muss ich es auch nicht austauschen. Hier ist die Autohändlermeile von Koblenz, BMW Hanko. Es ist natürlich interessant zu sehen, okay, ist jetzt das eine wirklich teurer als das andere? Wie groß die Unterschiede sind, bin ich auch wirklich gespannt drauf, wie es am Ende ausgehen wird. Benziner gegen Elektro. Wer hat bei den Wartungskosten die Haube vorn? Manuel. Hi Niki. Hi, Manuel, grüß dich. So, jetzt wird es teuer. Das sagst du. Das sagst du. Ich schätze mal, dass es teuer wird. Genau. Was möchtet ihr wissen? Wir wollen wissen, wie schaut es in Sachen Service aus? Wie teuer wird es denn jetzt? Wann ist das Ganze eigentlich? Also, nach zwei Jahren und 30.000 Kilometern ist der erste Ölservice fällig. Ja. Bei dem wird das Motoröl gewechselt, der Ölfilter und der Innenraumfilter. Also, Motoröl hast du jetzt schon mal nicht? Du hast dann da schon mal einen Punkt mehr. Zehneinhalb Liter fährst du mehr mit dir rum. Innenraumfilter hast du. Innenraumfilter habe ich sicher. Vielleicht sogar zwei. Mal gucken, keine Ahnung. Der erste Service wäre dann somit bei 615 Euro. Das Ganze erweitert sich dann wieder nach zwei Jahren und 30.000 Kilometern. Sind wir also bei vier Jahren oder 60.000 Kilometern. Um den Luftfilter, den Fahrzeugcheck und die Zündkerzen. Oh. Da haben wir einen V8-Motor, da haben wir acht Zündkerzen. Die habe ich jetzt ganz vergessen. Somit kostet dann der zweite Service nach 60.000 Kilometern 1.488 Euro. Okay. Zwei Standard-Services. Ist da Arbeitsstunden dabei schon? Ja. Und Mehrwertsteuer auch? Ja. Also, kleiner Service plus großer Service sind zusammen? 2.103 Euro. Es sei denn, du hättest ein Wartungspaket. Das wäre natürlich das, was ich nehmen würde. Hat er aber nicht. Also halten wir fest. Vier Jahre fahren, 60.000 Kilometer, dann muss ich zahlen 2.103 Euro. Bin mal gespannt, wie es jetzt bei Mercedes ausschaut. Das wird weltend teurer. Vielen Dank. Viel Erfolg. Gute Fahrt. Danke. Beim Thema Kosten machen wir diesmal wirklich eine konkrete Nummer draus. Denn wir nehmen immer die Werte, die wirklich für diese beiden Fahrzeuge gelten. Und die wir auch real verfahren. Genau. Spritverbrauch, was drauf ankommt. Und genau von dem dann auch Kundendienst oder eben Versicherung. Alles genau diese Werte. Also, ich glaube, dass der Mercedes ein Tacken günstiger sein wird. So. Und der Niki ist auch schon da. Ich schaue schon mit, damit wieder was gemauschelt wird. So, Moin. Der Matthias. Hallo. Niki. Servus. Servus. Sehr schön. Ja. 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 Das haben Sie bei dir nicht drin gehabt. Okay. Also, die Basisinspektion liegt bei 375 Euro. Plus die Zusatzarbeiten und wir geben dann den Preis. Aber dann bin ich ja noch vorne. Du bist vorne. Was kostet der zweite Service? Beziehungsweise erst mal, wann kommt er? Wieder nach 30.000 Kilometer oder nach zwei Jahren. Und im Grunde kommt dann nur der HEPA-Filter noch dazu. Und das Prüfen der Anhängerverrichtung. Und dann sind wir bei 891 Euro. Der zweite kostet 891. Okay, du hast die Kerzen vergessen. Gibt's nicht. Öl gibt's nicht. Es entfällt ein bisschen was. Das heißt, wir haben 1566 Euro für Service A und B. Sehr gut. Das freut mich zu hören. Der Niki-Service kostet 2.103. Ich geb's zu. Aber ich find's jetzt gar nicht so brutal. Ich hätte gesagt, es kostet die Hälfte. Aber es sind Luxuslimousinen. Dieser HEPA-Filter ist wirklich ein krasses Bauteil. Weil er wirklich 99,999 Prozent aller Partikel, die es in dieser Luft gibt, rausfiltert. Also da drinnen, sauberer als da drinnen, kann's nicht mehr werden. Ja. So sauber ist in meinem Brennraum. Weil ich hab da saubere Zündkerzen, die auch was kosten. Aber die erfüllen auch seinen Job. Das sind auch zu 99,9 Prozent und so alles. Okay. Danke, Olli. Gerne. Danke. Jetzt schauen wir weiter. Versicherung machen wir jetzt. Ja. Dazu müssen Matthias und Niki nochmal die Location wechseln. Elektroauto und Benziner leisten beide über 500 PS. Versicherungsmakler Frank Klein weiß, mit welchem Mann dabei günstiger wegkommt. So. Ja. Hallo. Mahlzeit. Der Matthias. Frank. Der Niki. Servus. Du kennst dich aus mit Steuern und Versicherungen. Ja, ist mein Job. Du kannst rechnen offensichtlich. Manchmal. Okay. Sehr gut. Dann erzähl uns doch mal bitte, was hast du rausgefunden, welcher von den beiden ist teurer? Letzter Endes darum geht's. Ja gut. Das sind Fahrzeuge, die ja kein Fahranfänger fährt bei 150, 160.000 Euro. Genau. Was die Fahrzeuge kosten. Ich habe gerechnet 20 Jahre Führerschein. Haben wir ganz knapp. Ja, so knapp. Ja, haben wir alle. 20.000 Kilometer im Jahr. So eine Zulassung hier bei uns in der Region. Was schätzt ihr, welcher Wagen teurer ist? Ja, sag mal. Ja. Ja. Also das geht ja nach allen möglichen Sachen, ne? Ja. Das, was du angesprochen hast, ist beides gleich. Und dann geht's darum, welche Dinger werden öfter gestohlen? Genau. Typ-Klasseneinstufung zum Beispiel. Wer hat mehr Unfälle? Ja, auch. Wie macht man das bei so einem Auto, was relativ neu erst auf dem Markt ist? Also der ist ausgenullt. Was heißt das? Ausgenullt hat noch keine Typnummer. Okay. Aber auf welcher Grundlage wird dann berechnet? Ja, man hat den EQ 580, also 4MATIC entsprechend genommen. und hat eine Prämie dafür fixiert. Und der Rest kommt später, nach Erfahrung, bei Schäden. Und ist das jetzt eher günstig für mich oder ist es eher schlecht für mich, dass das einfach keine Typnummer sagt? Was glaubt ihr? Ich sage, es ist günstiger, so ein Elektroauto zu versichern, als sowas zu versichern. Gut eingeschätzt. Der EQS ist wirklich günstiger als der M58i. Ja, ist so. Zahlen, bitte. Wir brauchen Zahlen. Also 961, 931 Euro. Mit Vollkasko. Ja. So knapp. Das war ja jetzt eine Versicherung. Steuer? Genau. Der hat? Null. Genau. Der hat? Da kriegt man noch was. Plus 29 Euro. Gleichstand. Passt. 568 Euro kostet der 58i an Steuer. Das günstige Auto EQS. Versicherungsmäßig. Alles klar. Danke dir. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Viel Spaß. Tschüss. Vielleicht rechne ich noch mehr nach. Bisher konnte das BMW M850i X-Drive Gran Coupé im Kostenkapitel nur mit seinem niedrigeren Basispreis punkten. Gleicht er im letzten Check noch aus? Benziner und E-Auto sind während unserer Dreharbeiten jeweils 184 Kilometer weit gefahren. Wer tankt bzw. lädt am günstigsten? 200 Kilowatt Ladeleistung hat er. Wenn die Zapfsäule das hergibt, die meisten hören bei 100, 150 Kilowatt auf. Also ehrlich gesagt weiß ich nicht, was günstiger ist. Sprit oder das kommt halt auch immer darauf an, wo du den Strom tankst. Wenn du den zu Hause tankst und du hast eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, dann ist der Strom verdammt günstig für dein Fahrzeug. Wenn du aber am Schnelllader mit 300 Kilowatt lädst, dann sagen die Hersteller halt, die Stromhersteller, da kann man ein bisschen was an der Preisschraube drehen. Also, hast du vollgetankt, Niki? Ja, Matthias, wir machen jetzt das Kostenkapitel zu. Dazu gehören eben auch die Tankkosten. Logischerweise. Bei mir waren es 29,27 Liter Sprit, was ich da hinten reingeschüttet habe, bei bester Qualität und bei bestem Preis von 2,10 Euro. 2,10 Euro. Es ist Raststätteautomaten. Genauso ist mein Preis auch höher als normalerweise. Ich kann wirklich nicht glauben, dass das so exorbitant ist wie das. Es ist 61,73 Euro. Okay, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe 81,48 Kilowattstunden nachgeladen. Lass mich überlegen. Zu je 55 Cent. Und das macht zusammen 44,81 Euro. Ah, ganz genau. Für exakt die gleiche Strecke. Exakt die gleichen Beschleunigungsmanöver und 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 und. Deswegen ist der Verbrauch wirklich vergleichbar. Das ist es. 44,81 Euro zu? 61,73 Euro. Dieser Unterpunkt geht an dich. Aber davor haben wir noch andere Sachen gemacht. Und ja, da muss ich ganz ehrlich sein. Der Überpunkt geht auch an mich. Also das Kapitel Kosten geht tatsächlich ans Elektroauto- an den EQS. Genau. 2 zu 1, Nicky. Der EQS liegt vorne. Das gibt es doch nicht. Aber. Aber was? Wir sind ja hier drauf gefahren und da haben wir ja noch eine Challenge gehabt. Es geht in der ersten Nummer um das Thema Reichweite. Ultrawichtig. Die erste Challenge lösen wir auf. Natürlich ganz am Ende des Beitrags. Ja, beim Einbiegen hatte ich eine Restreichweite von noch 306 Kilometern. Und jetzt kommst du. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Es ist bei mir ein bisschen runtergegangen, aber ich hatte tatsächlich noch 181 Kilometer Restreichweite. Ja, aber vorher waren es pompöse und euphorische 612 Kilometer, wo wir hier losgefahren sind. Ja, ja, Restreichweite. Nichtsdestotrotz brauchen wir jetzt gar nicht weiterreden. Es steht jetzt. 2 zu 2. Genau. Ja, ja. Geil. 2 zu 2. Yes. Ein ganz klares Unentschieden. Ja. Es ist wie immer sehr, sehr schwierig, sich zu entscheiden zwischen Elektroauto und Elektroauto und Benziner. Natürlich spielen die persönlichen Vorlieben da eine große Rolle. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Unser Test hat gezeigt, es ist einfach unentschieden. Man muss es sich aussuchen, wo man seine persönlichen Prioritäten setzt. Das hier ist komfortabel, luxuriös und günstiger. Das da ist ein bisschen sportlicher. Und teurer. Günstiger. Günstiger. Im Unterhalt. Im Unterhalt. Ich muss jetzt los, weil ich brenne jetzt noch einen raus. Schönen Sonntag noch. Bei Highspeed. Geist. Das ist ein wenig. Geist. Das ist ein wenig. Vielen Dank.